Aber das sagt einem ja keiner. Ich würde kein Items einfach weglegen können. Wieso macht der einen Punkt Schaden? Ach, weißt du was? Nein. Das wird zwar jetzt sinnlos, aber ich könnte im Prinzip auch gleich beenden, weil das nichts noch wird, aber okay. Ja, ja. Leck mich! Fick dich, Drecksspiel, ja. Was bekomme ich? Hey, Laser Tears. Danke, Spiel, dass du mich schon wieder nicht durch die Räume gehen lässt. Ich bin noch nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Vor allem, weil der Laser so winzig ist. Braucht Damage Ups. Das war's. Das scheiß Cursed Eye-Dreck-Ding. Wir kommen auf die tolle Idee, dass man wegtrebutiert wird, wenn man getroffen wird. Brauch geschlagen. Das sind ja noch welche. Komm her. Drecks, Alter. Bin mir nicht mehr mit, egal was ich schlecht und zweckig habe. Das ist jetzt ab sofort wie eine Pille, nicht mehr mitnehmen. Ja. Komm her mal nicht weg. Ja. Dauert schon so lang. Bist du so groß oder bitte? Bist du nur einen? Ist doch irgendwie größer, oder? Komm. Geh. Weg. Danke. Okay, hier war kein Geheimraum. Hallo, hallo? Gut, treffe ich denn den nicht. Danke. Ja, danke, das Geld. Toll vorgepisste Scheiße. Fickt angeschnügt. Schnauze. Nicht weggegangen. Nein, nein. Nein, lassen wir das. Kann sein, dass es im zweiten noch so grob in meine Richtung geht. Kann sein, dass ich gleich wieder tot bin. Könnte das sein. Seitdem er geht es erst tot, aber ich glaube, den Gefallen tut er mir gerade nicht. Wie sieht es aus, Kleiner? Danke. Und ich kriege ein HP-Up. Was hat das Spiel jetzt mit seinen HP-Ups? Ich will die nicht. Ich will was Vernünftiges. Ich will Fleisch oder sowas. Was ist denn da drin? Nichts, wo da nicht rankommen wird. Ich kann eine Bombe, aber jetzt bin ich gleich schon wieder tot. Ach, toll, dadurch. Ah, toll. Feuer, dass ich mich auch noch tötet. Ich habe in dieser Zeit, glaube ich, zu viel Eis gespielt. Und ich bekomme nichts. Och, nö, nicht hier. Ich muss am liebsten nicht die, die auf mich zulaufen. Das ist schon mal etwa... Hallo? Ich sage dir, ich laufe nicht auf mich zu. Ah! Ich muss sich ein Laser dabei haben, das Feuer auszuschießen. Oh Gott. So, ruhig ist es. Sitze im Haus mit irgendwas Brauchbarem? Nein. Jetzt kriege ich schon leere Räume. Voll Lust, ne? Hier hast du einen leeren Raum. Ich will einen Item brauen. Und ordentliche Items. Jetzt muss man das Feuer ausmachen. Das wird das auch unangenehm. Sehr unangenehm. Wow, ne Münze. Danke, Spiel. Danke. Das war das Item, was ich wollte. Genau das. Guck mal mal in den Shop. Lohnt sich voll. Ich meine, ich könnte sieben draußen machen, wenn ich die eine Münze oben noch mitnehme, aber zweifelst, dass es gut im Angebot ist. Hat sich gelohnt. Ähm. Dein Bild. Das war ja der Wahnsinn. Ganz kaum mit Worte fassen. Wie toll ich jetzt nicht fühle mit der Ausrüstung. Oh, Bomben. Uh, Damage ab. Uh. Das habe ich gebraucht. Mit der nächsten Frage, ist da oben noch der andere Itemraum? Oder nicht noch irgendwo ein blaues Satz? Äh, blauer Stein war nicht. Hier kann er nicht sein. Hier haben wir eben geguckt. Die Bombe hat sich gelohnt. Ah, hier vielleicht noch? Nee. Okay, jetzt ist eh egal. Nehmen wir es halt noch mit. Bossrass schaffen wir eh nicht mehr. Oh hey, ich habe einen Stein im Kopf. Mache ihm ein Minimal mehr Schaden. Zwei, drei Stunden und ich schaffe vielleicht mal wieder einen dran. Und bei 700 schalten wir gar nichts frei. Sehr gut. Wusste ich natürlich. Hallo, Monster. Ich habe einen Larsen dabei. Der kann Larsen. Das ist lesender Spaß. Das wäre bei so einem langen Monster wie dem Wurmtoll. Bei allen Blümmern. Oder bei Doppelgegnern. Oder Triple Gegnern. Gibt es auch Quad Gegner? Ich glaube nicht. Aber wer ist das, was ich meine? Gut. Gut. Was gibst du mir? Scheiße. Hey, ein HP ab. Boah. 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 Deswegen ist das Fleisch schwere. Aber nee. Es ist nur ein Kack-RP ab. Verstehst du? Es ist auch nicht irgendwie ein Doppel-RP ab. Nein, ein einfaches. Das ist ja auch ein Bettler bekommen könnte, wenn es ein Bettler gäbe. Oh, glaubst du es? Oh, ich mache viel zu wenig Schaden. So treffe ich die manchmal gar nicht. Was ist denn das für ein Unsinn? Das ist eine große Streuung. Toll. Sieht megamäßig toll aus, aber Schaden mache ich halt keinen. Sieht so toll. Ich brauche einen Schlüssel übrigens noch. Das ist kein Schlüssel. Ist der Raum offen? Was wäre denn da drin? Scheiße. Oh mein, ich brauche keinen Schlüssel. Ich kann doch das hier machen. Ich kann es vergessen. Sie müssen mal sterben. Ich hasse solche Situationen. Wenn ich mir ausweichen kann. Alter. Spinnst du oder was? Und da ist mein Herz, mein Herz ist weg. Blaus, halt. Ist mir irgendwas von Interesse drin, selbst wenn ich kann es nicht kaufen. Es sei denn, ich finde den Dollar, aber das ist gleich Null. Müsst ihr erstmal einen Automaten finden, an dem ich spielen kann und Geld, mit dem ich spielen kann. Was ist denn da oben? Eklig. Ich will doch nur mal einen guten Run wieder haben. Vielleicht soll ich doch einfach die Challenges erstmal hardcore abschließen. Dauert bestimmt nur drei Jahre. Aber inzwischen habe ich ja schon ein paar. Ein paar mehr wäre natürlich gut. Geh so weg, geh so. Ich mache jetzt gar keinen Schaden. Und da haben wir mehr Pillen. Richtig, ich habe ja irgendwann letztens mehr Pillen freigespielt. Ist natürlich toll, dass ich jetzt mehr Pillen habe. Die ich nicht nehmen werde. Das ist halt, ich finde PAD, aber das finde ich halt wahrscheinlich nicht. Oder müsste ich mehr kaufen. Ich brauche einen besseren Laser. Eine neuere, modernere. Ich brauche bessere Technologie. Aha! Ich brauche noch ein Zentrum bauen. Fuck you. Boah, dann ist mal wieder ein Lebenspunkt. Oh, goldener Schlüssel. Geil. Boah, hier die Dingsbums. Key nicht mehr. So, wo ist denn jetzt ein Itemraum? Das ist bestimmt wieder ein total geiles Item drin. Zum Beispiel eine Schaufel oder sowas. Bomben. Bob's Brain oder sowas. Nee, Bob's Head. Nicht sein Brain. Ich will mal weggehen. Ich möchte hier rein. Oh, hey. Na, das ist dieses zum Selbststeuern. Oh, gut, dass es ein Stein ist. Jetzt wäre ich jetzt von den Stacheln gelaufen. Gut, ein weiteres Schrott-Item. Gucken wir mal, was der Bosse im Angebot hat. Bestimmt voll das wahnsinnig geile Item. Hey, Chad. Lass sie mal durch die Fliegen, die dir irgendwie hermutlich helfen sollen töten. Also nicht eben alle, die helfen sollen. Das spawnet sie ja immerhin. Auch wenn das nicht funktioniert. 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 Äh. Kannst du mal sterben? Mein Laser ist nämlich total die Überwaffe. Wenn das Lasergewehr in UFO tatsächlich nicht schlecht ist im Vergleich zu Maschinenpistolen. Und das hier ist nicht... Oh. Hey. Ich will diese Kack-Items nicht, ich will vernünftige Items, es gibt nur was ordentliches. Alles was ich bekomme ist, irgendwelche Rotz, mit denen ich eh nichts anfangen kann. Zum Beispiel dieses verdammte Baby, das halt einfach da durch den Raum fährt, weil ich nicht in zwei Richtungen schießen und gucken kann. Das geht alles über eine Taste, das ist halt ein totaler Müll. Das ist scheiße Dreck. Ja, das fährt einmal durch und danach ist es de facto nutzlos, weil ich ja zuständig meine Position verändern müsste, und zwar so, dass es wieder, ja, das kannst du dann einfach vergessen. Das kann so gar nicht stattfinden. Ich sage natürlich, es macht sowas, aber das macht es halt selten. Warum macht es das selten? Ich sollte das öfter so machen, dann wäre es sogar fast nützlich. Mach mal hier Wischen und so. Gut, ich bin hier schon mal auf dem richtigen Weg. Aber noch eine Bombe. Schlüssel brauche ich keine. Ist das Ecke weg? Ah, nee. Nein. Okay. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied, ähm. Nein, das ist schon, warum ist das schon offen? Egal, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Bombe weggeworfen dafür. Ich bin nicht ganz sicher, was das direkt hier sitzen macht. Ich glaube, das harmoniert nicht so richtig, war das nicht das mit dem... Das ist jetzt wild mit dem Laser. Und noch ordentlich Damage ab, dann wird das sogar was, glaube ich vielleicht. Das sieht mein Damage aus, das sind drei Striche, das ist kein Damage, das ist Kacke. Genau genommen war das eine Bombe, aber darum geht sie jetzt nicht. Details, Jungs, Details. Und im Shop fängt sie an zu loonen. Nach oder vor dem Boss? Äh. Gehen wir gleich in den Shop. Kaufen nichts ein, weil wir kein Geld haben, oder Gleed drin ist. Ja, äh, halte ich mir realistisch. Der war ja nicht knapp, äh. Ah, Gleed, hallo. Bin schon vermisst. Ich brauche Bomben, ich kriege aber keine Bomben. Willst du bitte mal aufhören und sterben? Das fände ich ganz geil, wenn du sterben würdest. Das wäre auch ganz geil, wenn ich nicht sterben würde. Nein. Nein. Einfach nur nein. Nein. Hey, Lackab, toll. Jetzt habe ich doppelte Chancen. Meine Chance, ein gutes 1 zu drehen lag bei 0%, jetzt liegt sie doppelt so hoch. Ist das nicht toll? Äh, das ist nicht. Ach so, mach der Diggi auf. Äh. Das war das Mikrofon, Gä. Kommt immer gut. Mach der Diggi heim... Ach, der macht die auch auf. Danke Spiel. Habe ich mir gewünscht? So. Ich tue durch alle. Ich habe einen... Das ist ein bisschen aus wie so Frequenzen, wenn ihr da wisst, was ich meine habe. Wenn man so ein... Wenn du für den Namen nicht einglaubst, ist das Oszillation? Was ist das? Ich glaube schon. Die Oszillator technisch. Vielleicht kennt ihr das. Sehr instabil auf jeden Fall. Okay. Geht sogar ausweisweise. Trotzdem will ich gerne noch ein paar Power-Up-Items. Ich kann mit dem Schlüssel nicht zufällig auch den... ...Temple Room öffnen. Was ist denn das Sende? Boah. Ich kotze gleich ins Mikrofon. Ich kotze gleich ins Mikrofon. Ich kotze gleich ins Mikrofon. Nehmen wir mal die Münze mit. Wollen wir mal netze sein. So. Ich hätte gerne noch eine Aufladung. Ich möchte was ausprobieren. Ist das noch ein Herz? Ich habe das nicht mitgenommen. Verarschung. Da unten ist. Das ist denn da unten? Verarschung. Was kommt her? Und was hier ist es jetzt so? Ah, ich wollte nicht weggehen. Auch wenn wir schon da sind. Oh Gott. Das war ja eine richtig gute Idee. es war ja hat sich gelohnt auf jeden fall ich habe eine bombe und ich brauche so gesehen keine schlüssel weißt du nicht genau was die bomben mit dem schlüssel zu tun haben aber ich finde das hier lustig wenn ich jetzt anfangen an effektivität zu denken würde das eh nichts mit dem halben herz laufe ich jetzt nicht so ein rotz ich dachte alle türen voll die verarsche lang mein geld zurück was du denn keep your friends close ich mag keine ich habe gar keine freunde freunde was für ein freak halte den mich dass ich freunde habe jetzt kommt das nächste so geh doch mal raus ich bleibe bei dem was ich habe so ich habe übrigens auch ein laser aber meiner ist nicht so groß die liebe au es gibt auch noch eine halbe jahr tausendmal herz ja was soll ich vielleicht nicht tun hat sich aber gelohnt einen boss zu töten für ein halbes herz wenn ich ein herz verloren habe oder so das hat sich definitiv gelohnt aber ich habe typen die sachen nach mir werfen und typen die mir hinterherlaufen oh der moon hat sich erledigt brauche ich nicht mehr ich brauche eine bombe vielleicht mal die kiste nicht freigebombt fuck gibt ihm eine bombe nee aber ich werde eh sterben bevor ich bevor ich irgendwie eine bombe bekomme oder ansonsten irgendwas danke ja du mich auch jetzt hör mal woanders tun ich brauche dringend noch ein damage ab das ist so nix ich lasse es doch mal zur nächsten frage bringen das macht es auch nicht auf was macht denn dieser schlüssel überhaupt kann ja gar nichts voll nutzlos 18 das ist ja Final Fantasy dort und wie zu so viel so gibst mir das OP ab na also das ist schon mal besser als dieses oh hier hast du Hundefutter wer will denn Hundefutter fressen wenn ich Energie bekomme das ist echt unlogisch in dem Spiel das mal Hundefutterfutter fressen wenn ich Energie bekomme das versaut eben schon das gesamte realistische Spiel finde ich ja ja mit diesen ganzen Felsen treffe ich ihn natürlich auch nicht richtig so das bitte nochmal danke so das kommt da irgendwo oben wieso machst du das jetzt nur einmal und nicht dreimal hat sie auch erledigt ach wirklich da will ich nicht lang ja also wie ich sagte dann möchte ich lang man wenn es nicht was das Spiel mit mir vor hat dann war ich nicht schon im Show ach ne Moment das war double item wischen ich will schon gerne ich will schon gerne ich will noch ein Geld in den Automaten ich hoffe dass der mir was Gutes gibt noch mehr vollgepisste Scheiße ich mache es trotzdem jetzt habe ich zwei jetzt habe ich immer noch zwei zählt das überhaupt oder mache ich das falsch vielleicht soll ich mal mehr hochladen damit ich meine Antworten bekomme ist das alles falsch gestorben so jetzt haben wir es fast schon bis zum Fuß geschafft wo ist der nächste Shop das war ich am Anfang sogar glaube ich aber möglicherweise ist das ein Shop das ist genau das weiß man nicht sieht nicht aus wie ein Shop bei Use oder ihr Temporary Damage aber ich nehme das lieber mit ich brauche hier aber wieder einen Schlüssel ich Vollvidee hole ok ein und runter sonst zu schießen das Baby funktioniert teilweise nicht mal es schießt zum Beispiel jetzt nicht was für ein Nonsens ein Dummer boah aber noch ein Schlüssel für den Shop wenn ich ihn finde wenn ich außerdem bei Mami rein renne weil ich denke boah Shop braucht man nicht mal Schalinger Room liegt da links ich will da auch glaube ich mal links lang ich will da auch so tropste mir ein gutes Item vielleicht manchmal tun sie das ja das Left Hand das Appieren in der Welt hatte ich doch was wieso hey ok ich keine Ahnung vielleicht hätte ich musste ich die mit Lazarus keine Ahnung was was das Spiel weiß das Spiel überhaupt nicht merkwürdig und kriptisch ist Rückseh Vielen Dank.